Willkommen zurück zu Worms Armageddon und diesmal mit der Retro-Kampagne wie beim letzten Mal, vorletzten Mal, vorvorletzten Mal wahrscheinlich auch schon. Nein, wir haben beim vorletzten Mal online gespielt. Stimmt auch nicht. Und beim letzten Mal? Ja, egal. Wir starten auf jeden Fall mit Level 6. Und gucken mal, wo wir hier sind im Dinosaurierland, geil. Okay Leute, sieht so aus, als ob wir hier nicht wegkommen. Bevor wir nicht diesen Hüllenwürmer besiegt haben, halte dich bereit für einen prähistorischen Schlagabtausch. Drücke A um vorzusehen. Das hört sich ja spannend an. Ich bin natürlich hier im Loch. Uia. Kacke, kacke, kacke. Boah, die sehen ja richtig eklig aus. Wai. Ähm, ja, wir müssen da rüber. Schießen. Oder wie jetzt? Okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Das heißt, wir nehmen erst mal das Ninja-Seil. Okay, Zeit haben wir ja genug. So ein bisschen rüberschwingen. Komm mal hier hoch irgendwie. Jawoll. Oh, der war nicht so geil. Allerdings sind wir jetzt oben. Wir haben auch 100... 100 Trefferpunkte, 100 Lebenspunkte. Und 37. Okay, und der fällt runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die ganze Mannschaft hier. Luca, der Rango, der Patrick Megaman und der Anten-Fan. Warte du nur! So, was machen wir jetzt? Hallo? Wie gesehen, wie wir gesehen haben, haben wir nur begrenzt Waffen. Allerdings eine Bunkerbombe. Geil. Ja, wie komme ich jetzt rüber hier? Ach stimmt, ich habe ja Ninja-Seil eigentlich. Sehr gut. Wäre natürlich geiler gewesen, hätte ich mich mit dem Wurm eben gleich an die Seite gehangen. Allerdings... Ja, okay, so. So ist das geil. So ist das richtig geil. Ja, okay. Das müsste erst mal so weit reichen. Ähm... Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen clever. So dürfte das passen, dass beide, ja, eiskalt erledigt, sozusagen. Schön mal hier drauf geballert und... ...einen auf Ghetto-Blaster gemacht. Gut, ähm... Jo, jo, jo. Ich glaube, der Anti ist gleich dran. Jo, der Anti ist dran. Der Anti... Der Anti nimmt das Ninja-Seil. Ja, prima. Ja, servus. Ja, da geht es ja... Da geht es ab hier mit dem Ninja-Seil. Ha. Wai. Wui. Wui. Okay. Geil. Ich finde das so geil mit dem Ninja-Seil. Dass wir das so unendlich haben. Das ist so grandios. Ich könnte schreien vor Glück. Okay, ihn machen wir jetzt auch zunichte. Das ist aber auch einfach. Das ist der Wahnsinn. Der grüßt dich hier. Ja, mach's gut. Auch schön weggepluppt hier, der Grabstein. Ja, jetzt machen wir auch mit ihm jetzt hier. Mit dem Kumpel. Ich jetzt mit dem Rango. Darüber stolpere, würde ich sagen. Der Rango ist so ein bisschen schwul, glaube ich. Deswegen macht er Seilsprung. Übrigens, nur schwule Jungs machen Seilsprung. Ich hatte im Sportunterricht einmal in meiner ganzen Schwulkarriere Seilspringen im Sportunterricht. Sensationell war das. Das wirst du bereuen! Also ich sag mal, die Note war leicht verdient. Allerdings kam hier ein bisschen, äh, nur leicht, nur ganz leicht, ein bisschen schwul vor. Aber es ging noch, es ging noch. So, 30 hat er. Das heißt, der Mach-Maka. Oh yeah! Sehr servus, Daddy! So, da ist das Ding gegessen. Da haben wir das durchgekaut hier. Der Dinosaurier ist ein bisschen kaputt. Na ja, gut. Gleich defekt. Aber Mission abgeschlossen. Und das war's erstmal soweit von mir. Macht's gut. Bis später. Und ciao. Ciao.